Ja, herzlich willkommen zum allerletzten Staatsrecht 2 Video. Es geht wieder um die Grundrechte und ehrlich gesagt bin ich ziemlich froh, dass es das letzte Video ist und dass wir das Ganze hier zu einem Ende gebracht haben und auch bringen werden. Und heute will ich euch nochmal ganz kurz zeigen, was für die wichtigsten Punkte sind für die Klausur, was ihr auf jeden Fall kennen und drauf haben solltet für die Klausur und euch nochmal die wichtigsten Prüfungsschema da in die Hand geben. Ganz kurz nochmal, dieses Video wird natürlich nicht ausreichen, um die Klausur zu bestehen. Das heißt, ihr müsst natürlich tiefer reingehen und euch die ganze Grundrechtsreihe anschauen. Dieses Video ist wirklich nur dafür da, damit ihr nochmal eine Art Reminder habt, was ihr wirklich lernen solltet und was eher nicht. Auch für die Leute, die lieber auf Lücke lernen, ich empfehle das zwar nicht, aber für die Leute, die wirklich keine Zeit mehr haben oder auf Lücke lernen müssen, für die habe ich natürlich auch gekennzeichnet, was ihr auf Lücke lernen könnt und was eher nicht. Und fangen wir an. Der erste Punkt, den wir uns stellen sollten oder die erste Frage, die wir uns stellen sollten, ist, was wird in einer Klausur denn meistens gefragt werden? Und das ist eigentlich, in den allermeisten Fällen geht es um die sogenannte Verfassungsbeschwerde. Also sprich, die Frage, ob die Verfassungsbeschwerde zulässig und begründet ist oder ob diese eben Aussicht auf Erfolg hat. Und dann müssen wir eben anprüfen, okay, Zulässigkeit und danach Begründetheit. Manchmal müssen wir auch nur die Begründetheit prüfen. Das kommt immer auf den Professoren, der die Klausur stellt. In manchen Fällen gibt es auch noch Zusatzfragen, wo ihr einfach nur Fragen beantworten müsst zu den einzelnen Grundrechten oder zur Verfassungsbeschwerde. Da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Kommen wir jetzt erst einmal zur Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde. Wie prüfen wir die? Was machen wir mit der? Ach, ganz kurz nochmal. Es gibt in seltenen Fällen, werden auch abstrakte oder die konkrete Normenkontrolle in den Grundrechten angeprüft. Ich habe das jetzt hier mal kurz drangeschrieben, nur für euch zur Info. Es kann in ein bis zwei Prozent der Fälle sein, dass ihr eine abstrakte oder konkrete Normenkontrolle in der Klausur drankommt. Das kann ich hier nicht ausschließen. Es gibt natürlich hin und wieder den einen oder anderen Professor, der euch natürlich linken möchte und dementsprechend eine abstrakte oder konkrete Normenkontrolle verlangt. Und hier werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil ich das schon in einem Staatsrecht 1, Staatsorganisationsrecht behandelt habe. Dementsprechend bitte auf diese Videos dann ausweichen und dort bitte nochmal hingehen. Kommen wir also zur Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerden. Die haben wir in den letzten Folgen bereits komplett durchgelernt. Beschwerdeführer, Beschwerdegegenstand, Beschwerdebefugnis, Rechtsschutzbedürfnis, Form und Frist. Hierbei besonders wichtig, Beschwerdeführer, Beschwerdebefugnis, Rechtsschutzbedürfnis. Da gibt es einige kleine Streitigkeiten, die ihr kennen solltet, die wir auch in den letzten Folgen bereits angesprochen haben. Und die Zulässigkeit wird in den meisten Fällen nicht so das Problem darstellen und auch in der Klausur nicht so groß benotet werden. Ich schätze mal so, wenn beides geprüft werden muss, Zulässigkeit und Begründetheit, dann macht die Zulässigkeit so circa 20% der Endnote aus, 80% dann eben die Begründetheit. Deswegen springen wir jetzt auch sofort weiter in die Begründetheit. Und was prüfen wir in der Begründetheit? Ja, das, was wir schon die ganze Zeit gelernt haben, sprich Freiheitsrechte und oder Gleichheitsrechte. Sprich, wir schauen, ob diese eben verletzt wurden, diese Rechte. Und deswegen springen wir jetzt auch direkt weiter zu den Freiheitsrechten. Und es geht hier jetzt vor allem darum, erstmal zu schauen, was sind wirklich wichtige Freiheitsrechte, die ihr kennen solltet und kennen müsst. Und was kann man eher vernachlässigen? Hier ist die ganze Liste von Freiheitsrechten, die wirklich für die Klausur relevant sein können. Es gibt natürlich noch ein paar andere Grundrechte, die ich jetzt hier nicht mit drin habe, die einfach für die Klausur ja extrem unwahrscheinlich sind, die ich jetzt hier nicht mit reingenommen habe. Das sind jetzt auch die, die wir zusammen in der Vorlesungsreihe besprochen haben. Und die blau unterlegten, sprich die Menschenwürde, die allgemeine Handlungsfreiheit, das allgemeine Persönlichkeitsrecht, APR, die Glaubens- und Gewissensfreiheit, die Meinungsfreiheit, die Kunst- und Wissenschaftsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Berufsfreiheit und schließlich die Eigentumsfreiheit. Das sind so die wichtigen, die ihr lernen solltet. Die anderen, die jetzt hier schwarz unterlegt sind, die halte ich für die Klausur eher unwahrscheinlich. Ich kann aber natürlich auch drankommen, also im Grunde solltet ihr wirklich alle diese Freiheitsrechte drauf haben. Die vier schwarz unterlegten könnt ihr im Notfall streichen, wenn ihr es nicht mehr schafft, diese zu lernen. Also die würde ich zuletzt lernen, weil die eben für die Klausur eher unwahrscheinlich sind. Aber können wie gesagt auch drankommen, da kann ich jetzt nichts ausschließen. Selbstredend nicht. Wie prüfe ich nun diese Freiheitsrechte? Und das haben wir auch schon extrem oft behandelt und auch extrem, extrem ausschweifend auch behandelt. Und es gibt eben dieses dreistufige Prüfungsschema. Das ist zum einen der Schutzbereich, zum anderen der Eingriff und die verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Und im Schutzbereich prüfen wir eben zunächst einmal den persönlichen Schutzbereich. Das heißt, wer ist betroffen? Ja, in den meisten Fällen eben jedermann. Es gibt auch deutsche Grundrechte, wie zum Beispiel den Artikel 12 Grundgesetz oder Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz. Aber grundgesetzlich eben jedermann. Dann gucken wir in den sachlichen Schutzbereich. Was ist betroffen? Sprich, wir müssen schauen, was schützt das jeweilige Grundrecht, welches wir angeprüft haben oder anprüfen möchten? Oder welches angeblich verletzt wurde? Und das kann man meistens relativ schnell abhaken, den Schutzbereich. Dann springen wir weiter zum Eingriff. Im Eingriff prüfen wir dann eben, ob ein klassischer oder moderner Eingriff vorliegt. In den allermeisten Fällen wird eben aufgrund eines Gesetzes eingegriffen und dann ist automatisch ein klassischer Eingriff gegeben. Es gibt auch faktische bzw. moderne Eingriffe, wenn zum Beispiel Lärm von einer Fabrik kommt oder Gestank von einer Fabrik. Dann wird hier natürlich nicht klassisch eingegriffen, sondern eben faktisch. Und dementsprechend kann man das dann eben bei dem modernen Eingriff bejahen. In den allermeisten Fällen sind Schutzbereich und Eingriff relativ unproblematisch. Die großen, relevanten Fälle, in denen dann wirklich die Probleme kommen, sind dann tatsächlich in der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung, wo wir zunächst einmal feststellen müssen, was sind denn nun die Schranken. Und da gibt es eben den einfachen Gesetzesvorbehalt, den qualifizierten Gesetzesvorbehalt und die verfassungsimmanente Schranke, wo es eben keinen Gesetzesvorbehalt gibt. Und bitte hierbei auch nochmal in jeweiligen Grundrechte in die einzelnen Videos bitte nochmal reinschauen, damit ihr nochmal schaut, wo welche oder wo welcher Gesetzesvorbehalt gegeben ist und wo eben keiner gegeben ist. Und dann haben wir natürlich noch die Schrankenschranken. Bei den Schrankenschranken haben wir auch wieder ein paar Punkte, die wir überprüfen können müssen. Überprüfen wir eigentlich immer nur die Verhältnismäßigkeitsgrundsätze. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist wirklich extremst wichtig. Und den solltet ihr wirklich immer, 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 immer mit anprüfen. Ja, heißt also wirklich, Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bitte immer, 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 immer anprüfen. Und hier auch wirklich ausschweifend schauen, was im Sachverhalt drin steht, wie man das Ganze auslegen könnte und was die einzelnen Rechte sind zwischen den beiden Parteien, die eben betroffen sind, meistens eben Staat und Bürger. Und dann eben schauen, ja, wo da eine Rechtfertigung drin sein könnte und wo eben nicht. Und dann kommen wir zum Schluss natürlich noch zu den Gleichheitsrechten. Das heißt, wie prüfe ich jetzt nun Gleichheitsrechte und Gleichheitsrechte? Was sind die wichtigsten Gleichheitsrechte? Das sind zum einen diese drei hier, die wir hier stehen haben. Wichtig davon sind die ersten beiden allgemeinen Gleichheitsgrundsatz oder Grundrecht und die Gleichheit von Mann und Frau, ja, und das dritte, die Gleichheit von anderen Individuen und deren Anschauungen, kann auch drankommen, aber, ja, ist eher seltener. Und wie prüfe ich jetzt nun die Gleichheitsrechte? Im Grunde prüfe ich die genauso wie die Freiheitsrechte, nur dass wir hier den Prüfungspunkt, den zweiten Prüfungspunkt eben nicht Eingriff nennen, sondern rechtlich relevante Ungleichbehandlung. Im Grunde ist es auch ein Eingriff, der eben anders genannt wird. Und hier überprüfen wir dann eben den Kompetenzbereich, den Oberbegriff mit die Ungleichbehandlung. Das heißt, Kompetenzbereich handelt sozusagen eine Behörde mehrfach und entscheidet über verschiedene Entscheidungen unterschiedlich, die eigentlich gleich entschieden werden müssten. Dann Oberbegriff, wir fassen einen Oberbegriff über die betroffenen Personen. Und drittens schauen wir dann eben, ob dir eben diese Ungleichbehandlung vorliegt. Bei der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung haben wir auch wieder zwei Prüfungspunkte. Zunächst einmal müssen wir schauen nach sachlichen Rechtfertigungspunkten für die Einschränkung der Grundrechte oder des Grundrechts, die natürlich auch mit einfließen in den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der natürlich auch hier wieder dick rot hinterlegt ist. Das ist eigentlich so mit der wichtigste Grundsatz, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Schaut euch den bitte nochmal an in der jeweiligen Folie. Den solltet ihr wirklich im Schlaf beherrschen. Das waren jetzt so die wichtigsten Tipps, sage ich jetzt mal, für die Klausur. Falls da jetzt noch irgendwelche Fragen zu bestehen sollten, bitte schreibt die Fragen unten rein in die Kommentare. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg bei den jeweiligen Klausuren. Und bitte beachtet auch nochmal, wir gehen nochmal ganz kurz zurück zu den Freiheitsgrundrechten, auch zu den Gleichheitsgrundrechten. Da kann es natürlich sein, dass wir die Verhältnismäßigkeit zweimal prüfen müssen. Das haben wir ja bereits einige Male schon erwähnt. Bei der jeweiligen Folge, wo wir das Ganze besprochen haben. Das heißt zunächst einmal eben die Verfassungsmäßigkeit des einschränkenden Gesetzes und dann eben die Einschränkung oder die Rechtmäßigkeit des Einzelfalles. Das haben wir ja bereits besprochen. Da bitte nochmal dann zurückgehend zu den jeweiligen Fällen. Ja, und das war es an dieser Stelle mit diesem Video. Und gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben, falls euch das Video helfen konnte und gefallen hat. Wir sehen uns wieder mit den nächsten Jura-Reihen. Und die gehen auch bald los. Bis dahin, tschüss, euer Paragraf 31.